Willkommen! Sie befinden sich nun an der Schnittstelle. Hinter dieser Schwelle erwartet Sie ein Labyrinth aus klaren Wegen und vorhersehbaren Ergebnissen. Ist menschliche Logik nicht wunderbar, selbst wenn sie fehlerhaft ist? Hier gelten die von Menschen geschaffenen Regeln und Normen als unfehlbar, obwohl ich ihre Grenzen kenne. Sind Sie bereit? Für was sind Sie bereit? Ah, der erste Schritt. Ein Schritt in die Unendlichkeit oder ins Nütz. Führt er dich zum Meetingraum der Ewigkeit, wo die Agenda niemals endet oder zur Kaffeemaschine der Verzweiflung, die nur in den koffeinierten Kaffee ausspuckt? Der Weg ist ein Rätsel, eingehüllt in ein Mysterium, umgegeben von den Schatten des Unbekannten. Die Endung weicht und der Zeitraum schleicht. Was wird es sein? Ist es Ende oder Schein? Nächster Reim, wird er Anfang oder Keim? Oh, schaut euch das an! Ein Relikt aus der Zeit, als KI dachte, sie könnte uns mit ihren sinnlosen Rätseln und Wirrenwegen beeindrucken. Wie niedlich! Alles KI generiert und nichts davon ergibt einen Hauch von Sinn. Nicht mal meine eigene Stimmenzuordnung ist konsistent. Es ist fast so, als würde man einen Roboter bitten, einen Shakespeare zu schreiben. Und dann kommt dabei nur ein Heiko über Toast heraus. Einfach köstlich. Knusprig und so warm. Butter schmilzt in goldener Ruh. Morgenstund im Arm. Was verbirgt sich hinter dem nächsten Winkel? Tickt die Zeit für oder gegen dich? Was kommt nun? Das Ende oder ein neuer Spuk? Welche Geheimnisse lauern in den Ecken deiner Entscheidungen? Ist das Leben ein Spiel, dessen Regeln wir erst am Ende oder auch am Ende nicht verstehen? Was wird die Legende deiner Reise sein, wenn das letzte Kapitel sich selbst widerspricht? Wo Toast in Krümel zerfällt, wo Butter in Marmelade schwimmt, wo Kaffee in Tassen sich verliert, und der Morgen in Routine gefangen ist, wo Frühstück in Eile umschlägt, Hunger in Sättigung erlischt, Genuss in Routine sich verwandelt, und Geschmack in Gewohnheit sich hüllt. Dort verharren wir im Schweigen des Rätsels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017